Ein wunderschönen guten Tag, wir sind jetzt hier in der schönen, was ist das, Lüneburg-Erheidung oder was? Ich glaube, das ist immer schon vorbei, aber es sieht so aus, auf jeden Fall ist es auch schön. Zumindest sind wir auf dem Weg nach Hamburg und wir haben ja, Entschuldigung, das hat richtig wackelt. Jetzt kannst du mal anständig fahren, bitte, danke. Wir haben ja noch unseren Meetless-Monday heute und da haben wir schon was Schönes vorbereitet für euch. Weil klar, wir sind auch beim OMR, das heißt heute Soundcheck. Aber trotzdem wird der Meetless-Monday auf jeden Fall gemacht und wir haben was Schönes vorbereitet, das zeige ich euch nachher. Und ansonsten melde ich mich auf jeden Fall, wenn wir wieder in meiner alten Heimat Hamburg sind. Moin Hamburg, einen wunderschönen guten Tag, hallo, hallo, grüße Sie, hallo, hallo. Ich habe eine richtig schöne Mütze auf, die Mädels haben schon das Bett eingenommen, denen geht es wieder viel zu gut. Ich habe die Couch für mich, aber das Gefühl kenne ich ja. Aber nichtsdestotrotz, heute ist Meetless-Monday, den mache ich jetzt zusammen mit Green Force. Ich habe da jetzt gerade ein schönes Reel zusammengeschnitten, wenn nicht sogar das cutest Reel ever. Ich habe mit meiner Tochter zusammen gekocht, das kommt gleich online. Und vielleicht habt ihr ja Bock, das heute Abend nachzukochen. Würde mich freuen, klickt mal drauf. Bis später, tschüss. 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 Tschüss.